Karolin Kebekus hetzt gegen Männer, macht sich drüber lustig, erwähnt unter anderem mich im gleichen Atemzug und nennt das Ganze dann auch noch Frauenverachtung. Autsch, das ist geil. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Wir gucken heute mal rein, wo sie Recht hat und wo sie Quatsch redet. Let's go. Leute, wie schön, oder? Heute ist Vatertag. Da wird ordentlich einer weggebechert. So richtig einer hinter die Rüstung gerömert, oder? Wie es sich gehört. Ich sag nur deutsche Comedy. Eine der erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Das ist ungefähr so wie einer der erfolgreichsten Bobfahrer oder Eiskunstläufer oder Skispringer aus Jamaika. Ja, so schwer ist das nicht. Ich wünsche mir immer Harald Schmidt zurück, damit man nochmal vielleicht die Glotze anschmeißen kann auch. Aber gut, ist ja auch Geschmackssache. Kann ich mal bitte ein bisschen traurige Musik haben? Männer werden benachteiligt, unterdrückt und ausgebeutet. In allen Bereichen. Auch von mir. Wir reden hier oft über Feminismus. Ja, sie ist wohl feministisch aktiv und auch bei den Grünen, was ich so gesehen habe. Über Frauenthemen. Und wo bleiben die armen Männer? Okay, reicht Musik aus? Bevor jetzt die Leute ausrasten. Das war natürlich ironisch gemeint. Das war ironisch gemeint. Sie wollten sich damit nicht über Männer lustig machen. Achtung. Es wäre ja auch ein bisschen absurd, wenn das Leute wirklich sagen würden. Ja, das heißt, es hat sich doch über Männer lustig gemacht und dass viele Männer heute durchaus auch ein schweres Schicksal haben. Aber sie sind ja privilegiert, von daher ist es ja Quatsch, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Judäische Volksfreund Quatsch. Aber, Spoiler, es gibt Menschen, die tatsächlich so denken. Und genau über die reden wir heute mal. Willkommen in der Manosphere. Kann man helfen? Ah, ich weiß, was er sucht. Okay. Manosphere. Ja, stellt euch das mal andersrum vor, dass da über die Geschlechtsteile von Frauen gelästert würden. Oder auch das, was sie eben gemacht hat, macht sich so über durchaus schwierige Situationen von Frauen lustig. Stellt euch das mal andersrum vor, was dann los wäre. Aber mit Männern kann man es ja machen. Und nein, ich habe generell kein Problem damit, wenn sich jemand über Männer lustig macht, solange sich auch über Frauen lustig macht und dann nicht Schnappatmung bekommt und aus der Haut fährt. Und wie schlimm das Ganze doch ist. Und wie frauenverachtend und bla bla bla. Manosphere ist der Überbegriff für die Communities und Plattformen im Internet, auf denen antifeministische und frauenverachtende Meinungen geteilt und abgefeiert werden. Ist das so? Ist die Manosphere, sind das jetzt alles Frauenhasser? Oder was? Gehöre ich jetzt dazu zu der Manosphere? Wie wird das überhaupt definiert? Ja, natürlich gibt es da auch üble Frauenhasser. Das kritisiere ich ja auch immer wieder. Aber diese wilden Definitionen hier, das ist halt typisch nicht vernünftig recherchiert. Einfach irgendeine Sendung. Es ist halt ein bisschen Unterhaltung, sagen wir es mal so. Aber bei so einem wichtigen Thema, Männer und Frauen, wie geht es Männern, wie geht es Frauen? Da sollte man vielleicht ein bisschen besser recherchieren und vielleicht auch nicht alles über einen Kamm scheren und vielleicht auch einfach mal versuchen, ein bisschen zu differenzieren. Aber, wie sagt man so schön? Du willst das Unmögliche. Und die Unterdrückung des Mannes bekämpft wird. Verantwortlich dafür sind Männerrechtler, sogenannte... Ja, da lacht sie so ein bisschen über Männer. Und ja, natürlich sind Männer nicht überall unterdrückt und hin und her. Aber Frauen auch nicht überall. Es gibt Bereiche, da haben es Männer wesentlich schwieriger. Und vor allem Jungs haben es da wesentlich schwieriger als Mädels. Und den Doppelstandard kann man ganz leicht rausfinden. Geh auf irgendeine öffentliche Bühne oder ins Fernsehen und äußere den Satz, Frauen sind intelligenter als Männer. Und guck, ob du irgendein Problem bekommst. Nicht wirklich. Und mach das Gleiche, teste das Gleiche mit Frauen sind dümmer als Männer, beziehungsweise Männer sind intelligenter als Frauen. Ob dann immer noch der automatische Applaus kommt, wie so Seelöwen den Applaus geben, oder was dann passiert in den Tagen, Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren oder Jahrzehnten danach. Müsste eine lustige Steinigung werden. Oder kritisiere generell öffentlich Männer und Frauen und guck dann, wo der Shitstorm herkommt. Was dann wirklich passiert. Daran erkennst du immer, wer dich kontrolliert oder zu kontrollieren versucht. Derjenige, den du partout nicht kritisieren darfst. Verantwortlich dafür sind Männerrechtler, sogenannte Maskulisten. So Leute wie der hier. Hier im Westen und speziell im deutschsprachigen Raum weiß, glaube ich, kaum noch einer wirklich, was es heißt, Mann zu sein. Ja, reißerische Aufmachung, aber stimmt das? Haben die Männer die Linie verloren? Keiner weiß mehr, was los ist. Vom Inhalt her stimmt das ja. Kriegst tausend Doppelbotschaften, wie du als Mann heutzutage zu sein hast. Der Mainstream sagt dir, du sollst butterweich sein und der beste Kumpel sein. Und hier die Maskulisten, heißt das nicht Maskulinisten? Egal. Coaches wie ich sagen dir, sei ein bisschen härter, sei einfach wie früher halt auch. Ganz normal, aber bitte positiv. Guter, positiver, normaler Typ, wo jede normale, selbstbewusste Frau sagt, ja, ist doch ein guter Typ. Ist doch interessant. Ganz cooler Typ. Ja, und manche sagen, sei immer Alpha und sei immer Hart, was in der Mannesphäre durchaus klischeehaft überzeichnet vorkommt. Mein Name ist Orlando Owen und ich habe schon tausenden von Menschen wie dir geholfen. Wer gibt dir das Recht, deine Macht als Mann abzugeben? Meine Macht als Mann abzugeben. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das ist halt mega übertrieben. Ja, du kannst du öffentlich, das ist schwierig, wenn du öffentlich so auftrittst. Ja, da lädst du sowas halt ein, dass sich dann drüber beäumelt wird. Sagen wir mal so. Und deine Macht als Mann abzugeben, das sind halt, gut, es ist halt auch Werbung, muss man auch dazu sagen. Es ist wieder nur eine Aussage. Aber es ist ja öffentlich gestellt, deine Macht als Mann abzugeben. Du, man sollst keine Macht als Mann, du sollst ein ganz normaler Typ einfach werden. Ja, wie immer in der Coaching-Branche, da geht es weniger um, du musst jetzt der Alpha werden und wahnsinnig Macht ausüben über irgendwen, sondern how to be normal, einfach ganz normaler, lockerer Typ sein. Und ja, bisschen Eier, oh Gott, oh Gott. Ja, bisschen Selbstbewusst, bisschen lockerer Typ, bisschen schamlose Misskerlichkeit. Ja, und nicht du musst jetzt der Alpha sein und so weiter. Du musst kein wahnsinniger Alpha-Mann sein. Du musst halt nur die ganzen Klischee-Beta-Kram ausmerzen. Und ja, Alpha-Beta, es ist eine Vereinfachung. Es sind Klischees, die aber durchaus zutreffen. Oder man kann es ja so kategorisieren. Okay, positive männliche Eigenschaften nenne ich halt eher oder rechne sie eher dem Alpha-Spektrum zu. Und negative männliche Eigenschaften, ja, du bist völlig durch den Wind, hast keine Lockerheit, kein Selbstbewusstsein, bist ängstlich und schüchtern und so weiter und so fort und kriegst einfach kein und so weiter und so fort und kriegst einfach kein Bein an die Erde, kann man halt eher zum Beispiel dem Beta- oder Nice-Kai-Spektrum zurechnen. Es sind ja nur Begriffe. Orlando Owen. Ja, das ist recht. Wow, klingt das männlich, oder? Und wie sehr glauben wir, dass das sein richtiger Name ist? Gar nicht, richtig? Ja, bürgerlich heißt er Roland H. Bellstedt. Und Roland H. Bellstedt, alias Orlando Owen, hat eine Mission. Er hilft. Er hat sich schon recht, macht sich ein bisschen drüber lustig. Ist ja auch eine Comedy-Serie. Aber wie sind denn die Inhalte? Stimmen jetzt die Inhalte, ja oder nein? Das ist ja wichtiger, ne? Trotzdem lädst du sowas natürlich ein, wenn du so auftrittst. Männer. Und für... Was hat er? Mission, er hilft Männern. Ah, Mission. Und für den Rest von uns, sagen wir, ich würde mal sagen, immer wenn ich mir die Runden hier so anschaue, überdurchschnittlich gebildete, überdurchschnittlich intelligente Mitteleuropäer, ist es offensichtlich extrem schwer. Da wurde im Hintergrund, glaube ich, gelacht vom Publikum, weil er gesagt hat, überdurchschnittlich intelligente Mitteleuropäer, das ist bei mir in der Klientschaft auch so. Die Leute sind sehr lieb, sehr nett, sehr zurückhaltend, eher ITler. Und warum haben die es denn oft mit dem Selbstbewusstsein und mit dem Standing in der Gesellschaft und auch mit den Frauen nicht so leicht? Warum wohl? Weil es eben von den Frauen nicht so stark selektiert wird. Sich wirklich zu verstehen als Mann, als Mensch in der modernen Welt, Frauen gegenüber, da ist so unglaublich viel an Gehirnwäsche, an Unsicherheiten, an Verwirrung etc. Unterschwellig, das ist so wie ein Fisch im Wasser, du merkst es fast gar nicht mehr. Es ist so um dich herum, frag mal einen Fisch, ob er sich nass fühlt. Ja gut, die Analogie stimmt ja schon, ist ja schon klar. Du kriegst Gehirnwäsche von Kindheit an, kriegst so Programmierung drauf, jetzt nicht nur in dem Frauenthema, in jedem Thema. Natürlich allein, dass ich jetzt mich gar nicht komisch fühle, was ich hier für Sätze sage, dass es deutsche Sätze sind, kommt mir ja völlig normal vor. Wenn du jetzt als Ausländer mich hier reden hörst, wenn jetzt irgendein Ausländer, der noch nie Deutsch gehört hat oder kein Wort Deutsch spricht, das Video hier sieht, da denkt er, ja was ist das denn für eine verrückte Sprache, das dem Typ gar nicht auffällt, dass er da gerade völlig verrückte Sätze vom Stapel lässt. So ähnlich ist das ja auch mit der eigenen Psychologie, dass du einfach im unentwickelten Zustand nichts hinterfragst und dann einfach denkst, ja die Welt ist so wie sie ist, ich bin so wie ich bin, es ist alles so wie es ist und hinterfragst es ja nicht wirklich. So ein bisschen wie der Fisch in der Analogie eben wahrscheinlich kein Verständnis davon hat, was es bedeutet, nass zu sein oder im Wasser zu schwimmen und so weiter und so fort, weil es einfach so normal ist. Auf Deutsch, du merkst deine psychologische Programmierung nicht, weil es einfach so oft und oft auch so früh reingeballert wurde. Ja, ganz normaler Vorgang. Aber man kann es ja auch normal sagen, muss nicht, du bist ein bla 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 bla. Es ist halt, aber wenn es funktioniert, um Aufmerksamkeit zu erreichen und dann die Inhalte gut sind, dann habe ich wieder nichts oder nur ein bisschen was gesagt. Ja, ja genau. Frag mal eine Schnecke, ob die weiß, dass sie nackt ist. Frag mal eine Schildkröte, was sie von Panzerlieferungen hält. Das ist halt die hohe Kunst der deutschen Comedy. War schon immer eine Katastrophe natürlich. Orlando und so coole Bilder. Bisschen random, oder? Diese Szenen. Ja, war so ein bisschen Stock-Footage. Aber das sind halt, das liegt daran, das sind so umsonst Bilder. Die kriegt man, wenn man kein Geld hat, so ein Video zu drehen, dann kriegt man so... Das ist mega wild, finde ich, hier von ARD ausgestrahlt, wenn man kein Geld hat, zum Videodrehen. Sie ist ja auch ein bisschen GEZ-Hofschranze sozusagen und quatscht da den Mainstream dermaßen nach dem Mund. So ein bisschen Böhmermann in weiblich, wenn ich mal das Gender assume darf. Sicherheitsdienst. Nachdenklicher Mann und so. Und von diesen Kanälen gibt es im Internet sehr, sehr viele. Meistens wollen damit irgendwelche Typen Geld verdienen. Jetzt komme ich. Meistens, wir wollen nur Geld verdienen. Jetzt komme ich mitten in diesem Manosphere-Kram. Wo du merkst, okay, die haben verdammt viel Geld. Die haben hier genug Geld eigentlich und geben dann 4 Euro für die Recherche aus Viertelstunde. Haben halt einfach nur das Thumbnail hier von mir gesehen, abartiger Typ. Und wie das Thumbnail entstanden ist, guckt euch das mal an bei Frau Jasmin Gnu auf dem Kanal und bei mir auf dem Kanal, dass da auch eine gewisse Ironie dahinter steckt. Hätte man ja alles recherchieren können und so weiter und so fort. Machen die aber nicht. Gut, man muss auch dazu sagen, es ist nur eine Comedy-Show. Es geht ja nicht. Es ist ja keine Doku. Es ist ja kein wissenschaftlicher Beitrag hier. Aber es steht halt das Wort Frauenverachtung da drunter. Und mein Gesicht taucht drin auf. Und sie sagt gerade, die wollen nur Geld verdienen. Von daher ist das natürlich nicht die feine englische Art. Aber wir gehören ja zu den moralischen und zu den guten. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ich bin der liebste und beste Mensch. Jetzt hör schon auf mit der Scheiße, ja? Und in diesen Videos erfährt man, was so einen richtigen Alphamann ausmacht. Ich habe auch nur kurz eingeblendet. Sehr viele, meistens wollen damit irgendwelche Typen Geld verdienen. Und ja, ich will auch Geld verdienen. Aber wenn es den Leuten hilft, Fitness-Trainer helfen auch den Leuten und wollen Geld verdienen. Das ist doch in Ordnung. Solange das Produkt gut ist und den Leuten hilft. Das ist immer die Voraussetzung. Sonst ist die ganze Coaching-Branche, ist ja auch eine Katastrophe. Aber wenn es hilft, wenn es funktioniert, glaube ich, die Fitness-Branche sind auch nur Scharlatane. Trotzdem gibt es saugute Fitness-Trainer, die einfach verdammt fit sind, in dem, was sie da machen und den Leuten helfen und dann zurecht auch ordentlich Geld dafür nehmen sollen. Prügel in Sektorio für diese Unverchämtheit. Au! Und in diesen Videos erfährt man... Ja, nur kurz eingeblendet, aber trotzdem. Mein Gesicht taucht da im öffentlichen Fernsehen auf neben dem Wort Frauenverachten. Und natürlich alles dann in eine Schublade gesteckt. Und er hier ist doch nur auch... Er macht doch auch, wenn ich es richtig gesehen habe, hier so Change-Your-Life-Videos, oder? Ist doch jetzt kein Typ aus der Mannesphäre. Was so einen richtigen Alpha-Mann ausmacht. Und all diese Männer verbreiten abenteuerliche Thesen darüber, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Ich verbreite also abenteuerliche Thesen darüber, was es heißt, ein Mann zu sein. Genau wie alle anderen aus dieser Mannesphäre, die gleich noch kommen, wo er anscheinend dazugehört und ich auch. Da steht dann zum Beispiel sowas hier. Ein Mann, der sich voll und ganz in seiner Männlichkeit befindet, erlaubt es der Frau, sich in ihre Weiblichkeit fallen zu lassen. Der stimmte Satz, ein Mann, der sich voll und ganz in seiner Männlichkeit befindet, erlaubt es der Frau, sich in ihre Weiblichkeit fallen zu lassen. Ja, 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 im Schnitt ist da was dran. Das stimmt schon, Polarität halt. Wenn du so ein komplettes Neutrum bist, ein kompletter Waschlappen, dann ist das schwer für die Frau da zu fühlen. Boah, das ist aber hier eine angenehme, schöne männliche Energie. Und da wieder für eine normale Frau, natürlich nicht für jetzt irgendeine Hardcore-Feministin. Wenn du da als männlicher Mann ankommst und eine angenehme männliche Energie am Start hast, ja, dann fühlt die sich total abgestoßen davon. Deshalb empfehle ich das ja durchaus, dass du halt die absolut bekloppten Hardcore-Feministen und Social Justice Warrior dir vorm Leib hältst, weil du willst ja vielleicht ein bisschen dein Leben genießen und nicht es absolut zur Hölle gemacht kommen von irgendeiner Frau. Ja, die einfach zu der verrücktesten Generation aller Zeiten auf diesem Planeten wahrscheinlich gehört. Nämlich diesen Hardcore-Links-Extremen-Social Justice Warrior durchgeknallt. So, weiter geht's. Sprich, ohne die maskuline Energie des Manns wird sich eine Frau nie vollkommen fühlen. Das ist Quatsch. Ohne die maskuline Energie wird sich die Frau nie vollkommen... Ja, 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 es fühlt sich gut an, aber vollkommen, ganz sicher auch alleine vollkommen fühlen, wenn du dran arbeitest. Und anstatt einfach reinzuschreiben, es tut halt gut, der erste Satz war doch in Ordnung. Ja, natürlich tut mir das auch gut, wenn ich merke, die Frau ist richtig angenehm positiv weiblich und aus der Polarität raus kann eine Attraction, eine Anziehung entstehen. Ja, völlig normale Sachen. Erkennst du jetzt, wie viel Macht du über Frauen haben kannst? Was hat das da? Wie viel Macht du, wieso will irgendwer Macht über Frauen haben? Nein, ganz normal kennenlernen. Eigene Persönlichkeitsentwicklung auf die Kette kriegen und entweder für sich oder für das Frauenthema. Und wenn dir der Sinn nach Frauen steht, dann bringt dir das natürlich in dem Frauenthema auch was. Wenn du aber dauernd den Eindruck hast, du willst Macht über Frauen haben, das ist dann so eine Fantasie, die aus einer eigenen Kleinheit, nennen wir es mal, rauskommt. Aha, also ich erkenne... Gut, sie hört natürlich direkt wieder Hitler und was weiß ich was raus, Macht über Frauen. Erstmal, dass man im Internet wirklich mit jedem Müll Geld verdienen kann. Das sagt Deutschlands beste Comedian. Trotzdem hat sie irgendwo auch wieder recht. Coaching, das ist größtenteils abstrus, sagen wir es mal so. Genau wie die Fitnessbranche. In unregulierte Branchen, beides und größtenteils Katastrophe. Männern auf solchen Seiten erklärt, wie sie diese Macht über Frauen ausnutzen können, um Frauen rumzukriegen. Frauen wollen ja auch rumgekriegt werden, aber halt von vernünftigen Typen. Jeder Mann hat schließlich ein Recht auf eine Frau. Das erlebe ich auch oft so. Da hat sie durchaus recht, dass das so in der Manusphäre und in den abgereisteren Gefilden dieser Manusphäre ja durchaus wie so ein Anrecht zu sein scheint. Weil das halt früher eher so war, ja ein Mann hat eine Frau bekommen und so weiter und heute ist es nicht mehr ganz so, dass das praktisch vorausgesetzt wird. Ja, aber ich habe ja praktisch das Recht auf Frauen. Und so als wäre es irgendwie so, als müsste irgendeine Frau für einen reserviert werden, als müsste man das nicht selber mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und mit dem eigenen Charakter hinkriegen. Also da, ja, habe ich auch schon so gesehen. Da will ich aber mein Bild natürlich nicht daneben haben, neben diesem Quatsch. Was soll das denn? Schon gut, es muss ja nicht so peinlich sein. Es ist ja nur ein bisschen Kotze. Nur ein bisschen Kotze. Und dieser Typ hier erklärt jetzt, dass man als Mann erst mal Spannung aufbauen muss. Wie machst du das also am besten? Indem du dafür sorgst, dass du nach Meinung fragst beispielsweise, worauf stehst du mehr? Hunde oder Katzen? Und wenn sie sagt Katzen, dann sagst du, mh, daaaah. Warum? In dieser halben Stunde, wo ich dich gesehen habe und gehofft habe, dass das mit uns beiden etwas Wunderbares werden könnte, musste es dazu kommen, dass meine Träume und Hoffnungen kaputt gehen. Warum, Katzen? Das Beispiel ist jetzt saublöd. Vielleicht war es aber nur ein Beispiel. Das ist ja schon okay, generell. Ein bisschen veräppeln. Meine Frau sagt, ich komme aus X. Oh Gott, du weißt ja schon, was man über Frauen sagt, die aus X, Y kommen. Ja, was denn? Ja, gar nichts. Natürlich ein bisschen veräppeln. Ein bisschen spielerisch so tun, als wäre sie nichts für dich und so weiter. Das ist schon generell okay. Das Beispiel war jetzt halt saublöd. Aber ist er jetzt wirklich der frauenhassende Vertreter aus der Mannesphäre? Oh ja, wie spannend, oder? Oh, wir Frauen, wir lieben das. Oder bei so einem Date, das macht uns ganz wild. Diese Spannung, dass der Typ eventuell meine Katzen nicht mögen könnte. Ist das anstrengend. Ist das anstrengend. Aber natürlich ist da was dran. Klar, wenn du als Mann total der Bettvorleger bist und keine eigene Meinung hast und sagst, ja, ja, genauso wie du. Natürlich entsteht dann keine Reibung, keine Spannung, keine positive zumindest. Und das funktioniert dann nicht. Also du musst schon ein eigenständiger Mensch sein mit einer eigenständigen Meinung und auch mal sagen, nö, sehe ich anders oder, oh, das ist so gar nicht mein Ding. Oder wenn die Frau zum Beispiel sagt, ja, ich mag es nicht, wenn Männer immer dies und das machen, dann sagst du, kannst du ja entweder aus Quatsch oder es einfach so stehen lassen und sagen, ja, mache ich die ganze Zeit. Dann mache ich ununterbrochen. Einfach, um halt irgendwas Lustiges gesagt zu haben. Entweder als Witz oder wirklich als Ernst. Das ist übrigens Isa Ulubaev und der hat einen YouTube-Kanal mit fast einer halben Million Abonnenten. Okay, der hat sie jetzt recherchiert bei ihm und trotzdem ihn mit drin, hier als Frauenverachtend. Jetzt bin ich gespannt. Eine halbe Million, das sind umgerechnet eine Million Hoden. Und denen, denen eine Millionen. Wie gesagt, ich wünsche mir Harald Schmidt zurück. Harald Schmidt damals als Jugendlicher, teilweise abends gesehen. Und ich fand es immer geil, wenn ich die Witze nicht verstanden habe. Ich fand es einfach geil. Das Publikum auch manchmal so ein paar Sekunden gebraucht. Er hat irgendwas gesagt, dann hat es ein paar Sekunden gedauert. Und so nach und nach haben die Leute dann angefangen zu lachen. Und oft auch so nach dem Motto, der war jetzt unmöglich. Der wird so politisch inkorrekt. Und ich habe gar nichts gerafft. Bei vielen Witzen zumindest. Und da fand ich es immer geil. Da habe ich gesagt, okay, du bist blöd. Das hier ist intelligente Comedy. Bist halt noch nicht erwachsen. Raffst du vielleicht später. Aber es ist doch geil. Es ist doch schön, dass du hier was Cleveres zu gucken bekommst. Fand ich total geil. Erzählt er dann zum Beispiel sowas? Gut, hier sitze ich auch oft und verstehe es nicht. Aber auf einem anderen Level dann. Ehe und all das war ganz am Anfang ein Geschäft. Bedeutet also, man hat sich mit Familien zusammengesetzt und gesagt, okay, welche Frau passt zu welchem Mann? Alles klar, das können wir so machen. Let's go. Und dann kam irgendwann das Dating ins Spiel. Vor ungefähr 50, 60 Jahren. Und Leute haben sich gedatet und angefangen, sich kennenzulernen. Und all dieses Zeugs. Und dann ist alles dem Bach runtergegangen. Ja, du Scheiße. Das ganze Kennenlernen und so. Hat er ja gar nicht gesagt, oder? Was hat er denn gesagt? Meint er, und dadurch ist alles den Bach runtergegangen? Oder und dann, danach ist alles den Bach runtergegangen? Es ging alles den Bach runter. Ja, jetzt muss er sich selbst um eine Frau kümmern. Wie anstrengend. Ja, Junge. Gut, leichter war das früher schon. So diese Zuteilung in Anführungszeichen. Das ist halt klassische Ehe. Es wurde dann geheiratet und so weiter. Aber guckt euch an, was da für Ehen daraus entstanden sind. Also geil war das auch nicht, natürlich. Aber als frustrierter Mann heutzutage, wenn du keinen Zugriff auf Frauen hast. Ja, wenn du irgendwie gar nicht die Chance auf Nähe und Intimität hast. Ja, und da ist auch erstmal auch nur Körperlichkeit mit gemeint. Außer du bezahlst dafür. Jo, das ist schon etwas schwieriger als früher. Weil du heute komplett hinten runterfällst. Weil sich die Frauen halt mit den obersten 10 oder 20% der Männern heutzutage nur noch abgeben. Und wenn du da nicht drin bist, dann fällst du hinten runter. Und das ist schon durchaus schwierig. Das würde aber sie hier natürlich erstmals niemals wissen. Woher soll sie sowas wissen? Ja, aus Wolkenkuckucksheim. Und zweitens, wenn sie das wissen würde, auch niemals zugeben. Weil es sind ja Männer unprivilegiert und bla, was dann wahrscheinlich kommen würde. Weiß ich nicht, ob sie jetzt selbst so abgereist ist. Kann ich an der Stelle nicht sagen. Aber man hat es ja bisher gehört, wie sie drauf ist. Und wie der Respekt in Sachen Männerschaft so ist. Das Leben! Wie sagt schon ein altes Kölner Sprichwort? Wer Poppe will, muss fröndlich sind. Horror. Das gilt übrigens. Geht natürlich. Das gilt. Krieg ich Gänsehaut, nicht die gute. Natürlich für Mann und Frau, ist natürlich klar. Und logisch, Leute, früher. Dieses Outfit, was hat die denn da an? Obwohl es ja wirklich eine hübsche Frau ist. Finde ich ja schon. Aber gut, Geschmackssache. Alles besser. Da hätte ja noch mein Vater den passenden Mann für mich ausgesucht. Das war natürlich viel einfacher, Leute. Diese Selbstbestimmung, das nervt einfach. Ja, da hat sie nicht Unrecht. Das erlebe ich auch oft in der Manosphäre, was auch immer das ist. Aber unter manchen Kanälen sehe ich dann auch in den Kommentaren. Schon ordentliche Frauenhasser-Kommentare. Das hat auch bei mir in den Kommentaren durchaus zugenommen in den letzten Jahren. Seit es da mehr Content zu gibt, wie böse doch die Frauen sind und Frauen wieder zurück an den Herrn und was weiß ich was. Das hat schon durchaus zugenommen. Also ganz Unrecht hat sie nicht. Deshalb mache ich das Video auch hier. Und natürlich, vor 50, 60 Jahren, da war seine Welt noch in Ordnung. Seine Welt. Sieht er das denn wirklich so? Ich kenne ihn jetzt nicht groß. Aber ich habe ihn bisher eher so als den Persönlichkeitsentwicklungstypen gesehen, der wohl durchaus auch positive Botschaften hat und so weiter. Ist er jetzt wirklich der frauenverachtende Frauenhasser? Bis 1977 konnte ein Ehemann in Deutschland darüber bestimmen, ob seine Frau arbeiten geht oder bitte lieber doch zu Hause bleiben soll. Ja gut, Katastrophe. Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Und vor ungefähr 60 Jahren kam dann die Pille auf den Markt. Ein entscheidender Schritt für die Selbstbestimmung der Frau. Oder eben alles gegen den Bach runter. Pille habe ich zum Beispiel noch nie großartig drüber nachgedacht. Was bedeutet jetzt die Pille für Mann und Frau? Müsste ich mich jetzt erstmal informieren, würde ich jetzt nie groß eine Meinung zu abgeben, weil ich da merke, ja, weiß ich gar nicht genau, wie ich das sehe. Wenn ich jetzt was dazu sagen würde, wäre das nur so die 0815 Stammtischmeinung, wie sie das auch hier so vom Stapel lässt. Einfach irgendein Mainstream-Kram 0815 eben. Und diese Synapse wünsche ich mir aber in den Köpfen vieler Menschen, vor allem wenn sie hier so in der Öffentlichkeit auftreten. Die wird von irgendeinem Teleprompter einfach den Kram, das Drehbuch ablesen und fertig. All dem scheint die Maskulisten ein Problem zu haben. Viele sagen, der Feminismus hat alles viel schlimmer gemacht. Der Gender Pay Gap, also die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen, das ist alles nur ein Mythos. Und MeToo ist nur eine Kampagne, um erfolgreiche Männer zu stürzen. Die drei Punkte gehen wir kurz durch. Der Feminismus habe alles schlimmer gemacht. Das sagen wirklich viele Männer und vor allem in Richtung hier Männer, Richtler, Maskulinisten und so weiter und so fort. Und vor allem in der Manosphere, das sehe ich zweigeteilt. Es kommt darauf an, welche Art von Feminismus. Dass Frauen jetzt ganz normal wählen gehen dürfen und arbeiten gehen dürfen, das hat es, glaube ich, nicht schlimmer gemacht. Überraschung, aber natürlich der Hardcore-Feminismus im Moment und solche Sendungen hier, die ich eher dem extremistischeren Spektrum zuordnen würde. Dieses Women are always wonderful, praktisch unsere aktuelle Gesellschaft, einfach der durchgeknallte, durchaus Hardcore-Feminismus, der macht natürlich alles schlimmer. Das sind jetzt auch keine gesunden Auswüchse und kein Zusammenbringen von Mann und Frau und so weiter, wie ich das befürworte. Absolut nicht. Also das macht natürlich einiges schlimmer. Wie ich auch genauso sage, bei dieser Hardcore-Manosphere, die richtig abgereist sind und richtig weit außen sind, da sage ich auch, das ist kein Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Aber Differenzierung ist ja immer schwierig in der Öffentlichkeit. Von daher Feminismus grundsätzlich da, wo er gebraucht wird, eine gute Sache. Zum Beispiel in dominant muslimischen Ländern, da bin ich sehr wohl für Feminismus. Aber natürlich nicht über den Punkt hinaus, dass alles einfach nur gleichberechtigt ist und alle die gleichen Chancen haben und Frauen dürfen das gleiche wie Männer und so weiter. Darüber hinaus dann den ganzen Quatsch, den wir hier heute veranstalten. Statt dass man Equality of Outcome haben will, also dass bei allen genau das Gleiche rauskommt, das ist ungesunde Gleichmacherei. Das würde ich natürlich jetzt auch in einem islamischen oder muslimischen Land nicht befürworten, sondern einfach Gleichberechtigung und nicht Gleichstellung und Gleichmachung. Und zum Thema Wahlrecht, weil ich das eben erwähnt habe, noch eine Sache, das Wahlrecht war, wenn ich da richtig informiert bin, korrigiert mich, wenn das Quatsch war, eigentlich an den Militärdienst gekoppelt. Das heißt, wenn du dein Land im Notfall im Krieg verteidigst oder Wehrdienst absolvierst, dann kriegst du auch das Wahlrecht und die Frauen haben dann das Wahlrecht bekommen, wofür ich bin, aber mussten keinen Militärdienst leisten. Und da wäre ich dann dafür, dass Frauen dann irgendwie auch ein freiwilliges soziales Jahr oder sowas hätten machen müssen. Das heißt, wenn du ein Recht bekommst, bekommst du bitte auch eine Pflicht dazu. Zumindest wenn es bei den Männern so war. Der nächste Punkt ist wie immer der Gender Pay Gap. Das wäre angeblich ein Mythos. Ja, es ist auch ein Mythos, wenn man das alles bereinigt, Arbeitsstunden und so weiter und so fort. Da kommen da irgendwie 7% Unterschied raus, oder 4% oder 9%, irgendwas im einstelligen Prozentbereich, kommt da Unterschied raus, dass Männer mehr verdienen. Und warum? Ja, weil Männer bekloppter sind. Weil Frauen halt besser in Sachen Work-Life-Balance sind und halt nicht wie die Bekloppten einfach bis zum Umfallen arbeiten. Und nicht so viel Risiko eingehen und so weiter und so fort. Dann noch ein bisschen schlechter verhandeln. Denn so sind die 7% oder wie viel es denn wirklich sind, doch relativ easy und relativ logisch zu erklären. Denn wenn es so wäre, dass Frauen immer wesentlich günstiger sind, dann würdest du dir als Unternehmer ja natürlich nur Frauen ins Unternehmen holen, weil die machen ja viel bessere Arbeit und kosten weniger. Also Jackpot. Und dann noch der dritte Punkt, die MeToo-Kampagne. Das war grundsätzlich vom Gedanken her eine sinnvolle Kampagne, dass man wirkliche Arschgeigen und absolut unterirdische Menschen wie Harvey Weinstein und so weiter an den Karren pisst und das Ganze öffentlich macht. Das unterstütze ich natürlich, da wo wirklich Schindluder getrieben wurde. Aber natürlich wurde das auch wieder hoffnungslos übertrieben und auf einmal war dann jeder Kniestreichler oder der hat mir vor 20 Jahren auf die Brüste geguckt, die ich da halb raushängen hatte, war dann auf einmal eine fällige Punkt, Punkt, Punkt. Wurde dann alles in einen Topf geschmissen und völlig übertrieben und so weiter und so fort. Und es gab ja sogar Aktionen, wo dann die, ja sogar die abgereistesten Vertreter dieser MeToo-Kampagne gesagt haben, jetzt übertreiben wir es hier ein bisschen. Und die sind super abgereist teilweise in der Birne und wenn die das schon sagen, dann weißt du ja schon, was gebacken ist. Also wie immer hier so im 0815 Mainstream, es fehlt einfach die Fähigkeit zur Differenzierung. Aber es ist ja auch eine Comedy-Show und keine Doku. Trotzdem will ich da wieder nicht mein Gesicht neben dem Wort Frauenverachtung. Stehen Sie. Arme, schutzlose, erfolgreiche Männer, denen die Frauen einfach ständig in den Penis gelaufen sind. Das ist auch differenziert. Natürlich gibt es auch Groupies, wie sie jetzt bei Till Lindemann auch alle ausgeflippt sind. Wie was? Es gibt da Groupies, die einfach nach der Show mit einem Rockstar fügeln wollen. Das ist ja das Erste, was wir hören. Das haben wir noch nie gehört. Das ist ja unglaublich und bla bla bla. Willkommen in der Wirklichkeit, Prinzessin. Kurzer Mini-Einschub noch zu dem Lindemann-Fall. Habe ich mich nicht groß beschäftigt, bin ich nicht drin im Thema. Grundsätzlich sage ich, es muss bewiesen werden, wenn jemand was Schlimmes gemacht hat. Grundsätzlich ist es normal, dass Rockstars halt Groupies vögeln. Völlig normal. Jede Frau weiß das, jeder Rockstar weiß das. Deshalb werden viele Rockstars, glaube ich, auch Rockstars. Wenn das da Drogen genommen werden und sonst was passiert, ist auch völlig normal. Muss auch jedem klar sein, wenn er nach einem Rockstar-Konzert von völlig durchgeknallten Rockstars hinter die Bühne zu den Rockstars eingeladen wird. Wenn da aber unlautere Aktionen mit K.O.-Tropfen und so weiter passiert sind und ihr abgeschirmt, ein Handy weggenommen, irgend sowas habe ich gehört, das ist natürlich dann creepy. Du brauchst als Rockstar, brauchst du nicht so viel Manipulation auffahren oder sogar hier verbrecherische Dinger wie K.O.-Tropfen auffahren, um reihenweise gut aussehende junge Groupies zu vögeln. Das kriegst du auch einfach so hin. Trotzdem muss sich da natürlich an Recht und Ordnung gehalten werden. Kannst du nicht einfach Sodom und Gomorra walten lassen und die Unschuldsvermutung einfach so aufheben und der ist jetzt schuldig, weil wir fühlen es einfach so und es hat ja noch jemand gesagt, ja, 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 es ist so. Sondern das muss ja in einer Nicht-Bananen-Republik, in der wir uns definitiv befinden, alles mit rechten Dingen zu geben. Und wenn er schuldig ist, ab in den Knast oder was immer dann die adäquate Strafe ist und wenn nicht, dann halt nicht. Dann die beschuldigen beziehungsweise verknacken, die zu Unrecht beschuldigt haben. Und natürlich gibt es jetzt bei Groupies, bei Rammstein-Konzerten wahrscheinlich auch durchgeknallte Frauen, die jetzt nicht well-adjusted individuals alle sind, also Leute, die ihr Leben auf der Kette haben, sondern da gibt es natürlich auch wilde Frauen und Eitelkeiten und Eifersüchteleien und Machtgerangel und hin und her und schieß mich tot. Aber den Lindemann von Rammstein würde ich jetzt auch nicht weiter trauen, als ich ihn werfen könnte. Also ich, man muss sich das Ganze halt wie immer vernünftig angucken, kann ich einfach sagen, das ist jetzt so, weil ich fühle das einfach so, das klingt halt so. Das Wichtige ist, die Argumentation, dass Frauenrechtsbewegungen der Welt, also den Männern, geschadet haben, die ist ja uralt. Hier erinnert sich noch jemand an die Suffragetten? Die Suffragetten war eine Bewegung von Frauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht gekämpft haben und dafür, dass Frauen die gleichen politischen Rechte und Möglichkeiten bekommen wie Männer. Und wie reagierte damals die Gegenbewegung mit solchen Propaganda-Blättern? Meine Frau hat sich den Suffragetten angeschlossen und seitdem leide ich. Mi, 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 mi. Gut, gab es bestimmt auch unsympathische Vertreterinnen, aber wie gesagt, generell ja sinnvoll, ja, wieso sollen Frauen nicht wählen dürfen? Aber dann sollen sie halt, wenn das Wahlrecht historisch gesehen, falls das stimmen sollte, an den Militärdienst gekoppelt ist, dann wenigstens ein freiwilliges soziales Ja machen. Und ja, der große Sexismus, dass sie nicht an die Front sollen oder von mir an die Front geschickt werden. Nein, ich sage nicht, schick die Frauen an die Front. Aber da will ich auch kein Gejammer hören, wenn dann der ganze Kriegsfriedhof voller Männer liegt, dass die Frauen dann die ersten Opfer des Krieges damals waren. Ja, das ist der ganze Quatsch. Menschheit ist richtig bekloppt geworden in den letzten 15 Jahren. Und sie müsste das eigentlich wissen, weil sie noch in der Realität aufgewachsen ist. Ich habe nachgeguckt, die ist 80er Baujahr. Ja, 1980 geboren. Das heißt, die ist noch in der Realität aufgewachsen. Aber vielleicht will sie ja in der Öffentlichkeit bleiben und da musst du dich vielleicht auch anpassen. Obwohl der Dieter Nuhr zum Beispiel, der macht es ja durchaus ganz gut, finde ich. Der hat sich da nicht so zur Hofschranze machen lassen. Bis heute will der Feminismus angeblich den Männern schaden. Sie terrorisieren, ihnen etwas wegnehmen. Die Parkplätze zum Beispiel. Das ist jetzt... Gut, sie hat wahrscheinlich keine Zeit, um sich mit sowas zu beschäftigen. Aber natürlich, dass der Hardcore-Feminismus der aktuelle, dass es absolut durchgeknallte, geisteskranke Männerhasserinnen sind, das ist doch jetzt kein Geheimnis. Guckt euch doch drei, vier Videos einfach mal an. Nein, das ist nicht der gleiche Feminismus wie die Suffragetten. Man muss da unterscheiden. Man muss da differenzieren. Ja, Männer werden auch häufig überfallen. Aber ja, Frauen werden auch häufig überfallen. Und von wem? Von Männern. Deshalb sage ich auch, ja, die Gewalt muss aus dem Mann raus. Aber das ist eben nicht so easy, den Mann zu domestizieren, weil das Testosteron und so weiter, im Schnitt führt es auch zu Gewalt. Es führt zu Tatendrang. Da sind auch gute Sachen dahinter, aber halt auch negative Sachen, wie zum Beispiel die Gewalt. Das muss aus den Männern raus. Und das wird ja im Moment versucht. Aber indem man den Mann zur Frau 2.0 macht, der Mann soll praktisch heute kein Mann mehr sein. Also das ist das Positive, was da auch in diesem Tatendrang und Testosteron mit drin war, der Schöpfergeist und so weiter und so fort. Sehr sexistisch, dass Frauen das ja nicht haben, laut meiner Aussage gerade. So meine ich es nicht. Aber das Positive, was da dem Mann inhärent ist, das darf gerne bleiben. Aber das Negative, das Gewalttätige muss raus. Ja, und bei vielen meiner Klienten klappt das. Also könnte das theoretisch auch flächendeckend klappen. Aber die meisten Männer, muss man auch dazu sagen, haben ja kein Interesse an Persönlichkeitsentwicklung und was weiß ich was, sondern bleiben einfach so, wie sie bleiben und haben dann auch Gewaltstrukturen in der Rübe weiter aufrecht. Oder halten die weiter aufrecht. Oder sie lassen sich eben vom Mainstream hier verblenden und zur Frau 2.0 ummodeln. Und das kann dann irgendwann aber auch wieder richtig, richtig negativ werden, wenn du so gar keinen Zugriff mehr auf Frauen hast. Wenn du irgendwann merkst, verdammt, ich kriege das überhaupt nicht mehr hin, irgendwie eine Frau für mich zu begeistern und zu gewinnen, dann kann das auch sehr, sehr negativ werden. Und deshalb die einzige Lösung ist, wie immer, zurück zum ganz normalen Männer- und Frauenbild, dass es durchaus positiv ist, ein guter Mann zu sein, ein männlicher Mann zu sein, aber das Ganze ohne den Gewaltpart. Das heißt, mehr schamlose Misskerlichkeit, weniger Verbissenheit, Ego und all das, was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung dazu gehört. Man kann das alles jetzt einfach belächeln und einfach denken, komm, lass sie labern. Oder man hört mal richtig zu bei vernünftigen Vertretern davon. Und ich habe auch wirklich lange überlegt, Ich verlange wieder das Unmögliche. Ob man diesen ganzen Trotteln überhaupt eine Plattform geben sollte. Aber das Problem ist, dieser Alpha-Männer-Content, der ist in sozialen Netzwerken wie TikTok alltäglich. Da, wo es auch viele junge Leute sehen und sich von dem Mist beeinflussen lassen. Hat sie recht, aber das sagt sie ausgerechnet hier mit ARD und so weiter und so fort. Diese ganzen Funkkanäle, die da aus dem Boden sprießen auf YouTube, was natürlich an junge Leute auch geht und was heutzutage in den Unis unterrichtet wird und so weiter und so fort. Kriegst da Punktabzug, wenn du nicht genderst. Und die ganzen Kamellen, ihr wisst ja, was abgeht heutzutage. Und ja, wo sie aber durchaus recht hat, ist der Alpha-Man-Content auf TikTok und auch auf YouTube ist größtenteils eine absolute Katastrophe. Sei immer hart, sei immer stark und bla bla bla. Diese ganzen Klischees von praktisch aufmüpfigen 14-Jährigen, die sich dann als der Alpha-Man ausgeben. Und das fängt oft ganz harmlos an. Hier zum Beispiel ein Video, wo einem gezeigt wird, wie man als Mann richtig sitzt. Wie man als Alpha-Man sitzt und wartet. Ja, stimmt. Grundsätzlich hockst du halt eher normal da und nicht wie eine Frau. Aber musst du jetzt immer so da sitzen. Und der Alpha-Man und immer dieses unironische Verwenden auch dieser Alpha- und Beta-Kiste. Und ja, trotzdem sind es sinnvolle Begriffe, um einzukategorisieren, wo bin ich jetzt unterwegs. Bin ich eher in Richtung Männlichkeit unterwegs oder in Richtung Schwächling. Und nein, du musst nicht immer stark sein. Doch, du kannst auch so da sitzen. Du kannst auch die Arme verschränken. Du kannst auch im Gespräch, im Flirt-Gespräch mit den Frauen, kannst du auch die Arme verschränken. Stellt sich einfach so ein bisschen über Eck, seitlich daneben. Du kannst auch die Arme verschränken. Das ist absolut in Ordnung. Ja, das stimmt generell schon. Also nimm ruhig ein bisschen Raum ein, aber jetzt auch nicht übertrieben immer, sondern nimm ein bisschen Raum ein und versuch dich körperlich zu entspannen. Das kann durchaus helfen bei der Ausprägung einer positiven Männlichkeit. Und ja, natürlich ist das trotzdem Kinder-Content, da hat sie schon recht. Ja, auch ganz gut so zu sitzen, Körpersprache. Beweg dich langsam und überlegt. Ja, machen sie auch bei den Filmrollen zum Beispiel, wenn jemand überlegen rüberkommen soll. Dominant. Unnervös. Ja, doch, überlegen. James Bond und so weiter. Auch alles eher fließend, smooth und langsam. Okay, Männer sollen die Beine breit machen. War mir auch neu. Auch sehr sympathisch in der U-Bahn. Das ist ja ganz normal da sitzen und dich nicht von der Körpersprache her an eine typische Frau angleichen, weil das auch mit darüber was zu tun hat. Die Körpersprache hat auch mit darüber zu tun und andersrum. Bann. Sitzen. Ist das neue Grillen. Okay. Ja, so harmlos fängt es an. In der U-Bahn. Da spricht dir das Manspreading-Thema an, dass es eine Katastrophe ist, wenn man ganz normal sitzt in der U-Bahn. Und es hört echt problematisch auf. Einer der größten Stars. Da hat sie aber wenigstens gesagt, dass es harmlos ist. Der Manusphere im Internet ist Andrew Tate. Andrew Tate ist einer der am häufigsten gesuchten Namen bei Google. Weltweit auf Platz 15. Leute, noch vor Putin. Leute, noch vor Putin. Ja, das musste auf dem Teleprompter stehen. Das geht nicht anders. Tate ist ehemaliger Kickboxer und Pornoproduzent. Und Andrew Tate immer das Gleiche halt. Hört euch doch die Aussagen mal an. Ich bin ja nun jetzt auch kein ausgewiesener Andrew Tate-Fan. Er hat mich da auch nicht so viel mit beschäftigt, weil von Anfang an war mir klar, der ist ja halb Schauspieler, halb meint das ernst. Ich weiß dann nicht genau, was meint er jetzt ernst. Was ist jetzt Übertreibung? So für diese ganze Marketing-Maschinerie, da habe ich dann schon kein Interesse dran, wenn ich merke, der ist ja jetzt nicht er selbst, in Anführungszeichen, vertritt da nicht seine eigene Botschaft, sondern macht das Ganze um Wirbel. Deshalb bin ich da relativ früh eingestiegen oder nie richtig, früh ausgestiegen oder nie richtig eingestiegen, weil mir direkt klar war, das ist kein authentischer Player in diesem Gebiet. Ja, finde ich meistens. Langweilig, obwohl er ja nur ein spektakulärer Typ ist. Und wenn er auch jetzt Hitler und Putin 2.0 ist, ja, dann empfehle ich trotzdem, sich die Aussagen einfach mal anzuhören, bevor man über ihn urteilt. Ja, was stimmt davon jetzt und was nicht, hätte ich. Und der Typ erzählt halt den übelsten Shit. Slap, slap, grab, choke, shut up, bitch, sack. Ja, was heißt das jetzt? Was war das für ein Ausschnitt? In welchem Kontext? Und so weiter und so fort. Hat er da jetzt einfach nur den Akt des Knickknackes beschrieben? Oder was war das für ein Ausschnitt? Klingt sympathisch. Andrew Tate. Klingt sympathisch, als ob es keine Frauen gäbe, denen das gefallen würde. Ist auch wieder undifferenziert. Hängt auch gern mit Rechtsextremisten ab und saß schon in Urhaft wegen Verdachts auf Menschenhandel und Vergewaltigungsvorwürfen. Ja. Er saß in Urhaft, Verdacht auf, was heißt das jetzt? Ist er jetzt schuldig? Ja oder nein? Hat er es gemacht? Ja oder nein? Weiß ich jetzt wirklich nicht. Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Habe ich auch nur gehört bisher. Und ja, hier Knast und hin und her und so weiter. Menschenhandel, ja oder nein? Kann ich nicht beurteilen. Müsste man abwarten, ob es wirklich so war. Ob Beweise rauskommen oder nicht. Trotzdem, selbst wenn er das Schlimmste oder alles Schlimmes auf diesem Planeten gemacht hat, dann geht es halt drum, oder für mich geht es zumindest drum, ja wo hat er denn Recht? Oder trotzdem Recht und wo nicht. Lass uns nochmal ein paar Sätze von ihm rausnehmen. Vielleicht mit dem Kontext drumherum. Dann mal gucken, hat er da Recht oder nicht. Zumindest wenn man über ihn sprechen will. Außerdem hat er schon mehrfach gesagt, dass er findet, dass Frauen, die vergewaltigt werden, eine Mitschuld daran tragen. Ja, da müsste jetzt eigentlich der Ausschnitt kommen und in welchem Kontext und so weiter und so fort, wenn man ihm das vorwirft. Hat er das jetzt gesagt? Ja oder nein? Hat er es klar so gesagt, wie sie es hier wiedergibt oder nicht? Das ist halt das Problem. Du kannst ja hier nichts glauben, unseren lieben Mainstream-Medien. Du müsstest ja alles erstmal stundenlang recherchieren, weil du einfach nichts einfach so glauben kannst. Das alles zeigt eben, dass das nicht nur ein lustiges Internetphänomen ist und im Extremfall... Das alles zeigt. Wurde jetzt einfach so behauptet? Hat er es jetzt wirklich so gesagt? Ja oder nein? ...trägt das zur Radikalisierung von Menschen bei. Denn neben schrägen Alpha-Männer-Theorien gehören zur Manosphere auch widerlichste Gewaltfantasien. Da hat sie allerdings recht, was sie gesagt hat mit. Das trägt hier so zur Verrohrung oder wie sie es gesagt hat, der Männer bei. Das erlebe ich, wie gesagt, bei mir in der Kommentarspalte durchaus auch. Dass da negativere Dinger geschrieben werden als noch vor ein paar Jahren. Das ist sukzessive mehr geworden. Und so ein Andrew Tate, deshalb mag ich das auch nicht, wenn er da nicht differenzierte Aussagen vom Stapel lässt, sondern immer diesen Hollywood-Quatsch, diese Übertreibung mit reinbringt, wenn es denn Übertreibung ist und nicht eins zu eins seine Aussagen. Deshalb mag ich das nicht, weil das halt für junge, männliche Gehirne durchaus ein schlechtes Vorbild auch sein kann, um sich mehr zu radikalisieren, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch ein bisschen extremes Wort. Aber ihr wisst ja, wie ich es meine wahrscheinlich. Dass das Ganze ein bisschen zu übertrieben wird, ein bisschen zu Frauen verachten das Ganze, anstatt halt ein ganz normaler Typ wieder zu werden. Mag sich, mag Frauen. Und dann suchst du ja einfach eine Frau, die halt dazu passt, die auch sich mag und Männer mag. Und dann kann man eine schöne Zeit miteinander verbringen. Entweder kurzfristig oder langfristig und fertig. Ja, diese unfassbare Frauenverachtung, die ich immer propagiere. Fantasien, die eben nicht immer nur dummes Gelaber im Internet bleiben. Denn, was man schnell vergisst oder vielleicht sogar nie wusste, die Manifeste und Bekennervideos von vielen rechten Attentätern, zum Beispiel von Utoya, Christchurch, Halle oder Hanau, sind voller misogyner, also frauenverachtender Aussagen. Der Täter aus Halle sagt zum Beispiel, der Feminismus sei schuld an der Migration. Und der Attentäter von Hanau beschreibt seinen Frust darüber, dass er nie eine Freundin hatte und er die weniger gutaussehenden aber nicht nehmen wollte. Also Frauenhass ist real, Leute. Frauenhass ist real, stimmt natürlich. Was sie jetzt gesagt hat, habe ich jetzt nicht überprüft. Müsste ich es recherchieren. Kann ich mir schon vorstellen. Und natürlich sind jetzt Attentäter wahrscheinlich auch keine Frauenliebhaber und die sich selbst mögen und Frauen mögen. Aber wieso taucht da mein Bild jetzt in diesem Video auf? Das ist dann die Frage, die ich an der Stelle habe. Und was der eine angeblich gesagt hat, der Feminismus führt zu vermehrt Migration. Das stimmt ja auch durchaus. Oh, der Fram stimmt einem Attentäter zu. Wie ich es eben gesagt habe, man muss sich die Aussagen kann man sich ja trotzdem angucken, egal von wem die kommen. Und das stimmt natürlich, dass unsere aktuelle Migration jetzt nicht gerade bekämpft wird von Seiten des Hardcore-Dritte-Welle-Feminismus. Die ganzen Social Justice-Warrior, die sagen ja eher, ja komm, mehr, 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 mehr. Von daher, das stimmt ja durchaus. Weil der Hardcore-Feminismus ganz komisch und ganz irrational mit dem Islam zusammen im Bett steckt. Also hier sind alle direkt Frauenverachten und so weiter. Aber wenn das in islamischen Ländern so ist, dann darf das nicht angesprochen werden. Dann ist da die Opfer-Olympiade halt anders gepolt und so weiter und so fort. Deshalb bist du dann ein Rassist, wenn du das ansprichst, dass in islamischen Ländern natürlich wirklich der ursprüngliche, sinnvolle Feminismus absolut angebracht wäre. Dann bist du ein Rassist. Natürlich, also da sind ganz wilde Doppelstandards aufgrund der Opfer-Olympiade und Opfer-Pyramide auch am Start. Musst du deshalb jetzt zum Attentäter werden oder zu AttentäterInnen, Entschuldigung, Attentät-Ens? Nein, natürlich nicht. Echtes Problem, denn er ist oft der Einstieg in noch krudere rechte Theorien. Und auch klar ist, ja, auch Männer haben in unserer Gesellschaft spezielle Probleme. Habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich bin da ein bisschen schwer von KP. Aha, okay. Das war in Ordnung. Jetzt mal gucken, ob jetzt wieder mit Humor relativiert wird. Jungs schneiden in der Schule schlechter ab. Männer sind öfter wohnungslos und Depressionen bei Männern werden seltener erkannt, weil Männer sich eben viel seltener helfen lassen, wenn sie eine Depression haben. Und es nehmen sich auch wesentlich mehr Männer als Frauen das Leben. Aber da Ja, immerhin. Immerhin was genannt. Daran ist natürlich nicht der Feminismus schuld, sondern das System, in dem Männern beigebracht wird, dass sie hart und erfolgreich sein müssen. Ach, ja, ja. Okay, da haben wir es doch wieder. Ja, aber. Das heißt, dass es Männern teilweise schlecht geht, das ist die Schuld der Männer. Und das systemische System aus einem systematischen System. Und ja, natürlich ist keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau das Problem an dem Ganzen. Aber der aktuelle Hardcore-Feminismus, die Unterscheidung kennt sie offensichtlich gar nicht oder will sie vielleicht nicht wahrhaben oder muss es nach außen, so tun, als würde sie das nicht kennen, der ist natürlich nicht förderlich für den ganzen Kram. Ja, weil das den Geschlechterkampf immer mehr anfeuert. Also genau an dem System, dass Männerrechtler krampfhaft verteidigen. Das heißt also, die sind eigentlich die Ursache für Probleme und nicht die Lösung. Und wir wollen hier gar keinen Krieg führen, oder? Feminismus ist kein Kampf gegen Männer, sondern für alle Geschlechter. Absolut. Deshalb machen wir damit jetzt Schluss. Kann sie wieder nicht wissen oder will es nicht wissen? Natürlich ist der aktuelle Hardcore-Feminismus ein Krieg gegen Männer und auch ein Krieg gegen die Realität, wie sie es ja selbst sagt, für alle Geschlechter. Natürlich geht es diesen Leuten nicht um Gleichberechtigung, sondern das sind waschechte Männerhasserinnen. Deshalb gibt es ja überhaupt erst diese Men is 4 und der Frauenhass hintenrum steigt auch wieder an als Gegenbewegung. Das kommt ja nicht einfach so aus dem Nichts. Gibt es nicht diesen Ausspruch oder Hashtag oder was es war All men are trash? Gibt es doch. Irgendwo, meine ich, von gehört zu haben. Also das ist so dermaßen undifferenziert und naiv, dass auch der Feminismus seit 100 Jahren gleich wäre. Dass der aktuelle Hardcore-Feminismus so genau das gleiche, wie die Suffragetten damals waren. Also das ist so ein Quatsch. So ähnlich wie Rosa Parks natürlich damals eine Weltklasse Aktion war und Black Lives Matter heutzutage nicht mehr dasselbe ist. Wenn da Polizistengewalt verharmlost und sogar gefördert und sogar befeuert wird. Das sind doch nicht mehr die gleichen Leute und so ähnlich ist das bei dem Feminismus. Auch das hat sich ja gewandelt über die Jahre und mittlerweile sind wir in einer wirklich Hardcore durchgeknallten Zeit. Also sie wollen keinen Krieg führen und für alle Geschlechter. Und deshalb machen wir damit jetzt Schluss. Wir wollen für euch da sein, liebe Männer. Lasst uns Verbündete sein und das machen, was man übrigens auch mit seinen Beinen in der U-Bahn machen sollte, zusammenhalten. Ja, da muss es nochmal, unglaubwürdig. Es ist einfach unglaubwürdig. Da muss natürlich nochmal dieses alberne Manspreading in der U-Bahn mit rein. Generell ja eine gute Botschaft. Lasst uns zusammenhalten. Und sie hat es ja auch versucht, so ein bisschen nett rüber zu bringen. Bin ich nicht so sicher, wie sehr das wirklich ihre Intention war. Immer diese Spitzen natürlich nochmal mit rein. Man kann es ja nicht unironisch einfach mal so sagen, dass Männer und Frauen sich wirklich ziemlich gut ergänzen und zusammenhalten sollten. Aber nach diesem ganzen Video hier ist es halt auch unglaubwürdig. Ja, typisches, undifferenziertes Mainstream-Blabla. Und wenn ihr wirklich mal sehen wollt, wie der aktuelle Hardcore-Feminismus drauf ist, guckt euch mal folgendes Video an, was ich euch hier und in der Beschreibung verlinkt habe.